Auf Sicht bezeichnet eine Kameraperspektive, welche filmtechnisch jegliche Personen Objekte etc. von oben einfängt und somit filmt. Aus dieser Perspektive zu filmen kann mehrere Gründe haben. Entweder möchte man dem Publikum damit einen Gesamtüberblick über Lokalitäten bzw. dem Geschehen im Allgemeinen verschaffen, so wie man es hier in diesem Video gerade sieht, oder aber es soll deutlich gemacht werden, dass beispielsweise jemand jemandem überlegen ist. So zum Beispiel kann aus der Ich-Perspektive gefilmt verdeutlicht werden, wie ein Zwist auf eine andere gegenüberstehende Person einschüchternd wirken kann, indem diese mit jedem weiteren Wort immer kleiner und kleiner wird. Doch oft wird diese Aufsicht auch gerne dazu genutzt, um eine gewisse Macht zu symbolisieren. So unter anderem in Filmen zu Naturkatastrophen, wo man nicht selten Objekte jeglicher Art zu sehen bekommt, die sich Naturgewalten, wie beispielsweise einem riesigen Orkan, ausgesetzt sehen.